Willkommen zurück bei der weiteren Runde Rainbow Six Warum klau ich gerade Dalo's Anmoderation? Weiterhin der Rainbow Six Siege mit Dalo Kart, Conran, Sachse und der Alex Hallo Alex Ich dachte jetzt Sachsen noch Earlywoll, weil das ist ja Dalo's Anseite Was sagst du jetzt hier? Elite Skin Na komm, Switch ist nicht so mehr Ich mach auf die Schild Alex, du hättest den Twitch holen müssen Ich mach Schild dafür Dachs hat keine coole Sonnenbrille wie wir Ich hab schon real life ne coole Sonnenbrille Social Pornobrille aus den 70ern So wie hier meiner? Ja, so ne Fliegerbrille Ja, so ne Fliegerpilotbrille ist das Immer übers ganze Gesicht Die haben die Nase von Blackbeard geändert, oder? Nein Der hatte schon immer solche Pornobrille schon Der hat's halt vorher bestimmt noch nicht gesehen Ich meine, dann sind das alles dieselben Namen Vielleicht macht ihr dieses typisch amerikanische We want you Mit dem Finger Oder er meint damit Ich werd' dich Du Ich werd' dich Die Gegner sehen das gar nicht So Wer bio-Befahrengruppe helfer muss hier lokalisiert werden Wer bio-Befahrengruppe helfer muss hier lokalisiert werden Oben ist doch der Keller Au, das sind ja richtige Profis ey Du hast schon einen Recruit dabei, richtig gut Na, die Drohne liegt links? Kacke Die Drohne liegt links? Äh, die, die Dinge ist der Störer Ah, Mensch, der weiß Ah, der Gemma Also ein Profi ist schon tot Ein Profi ist schon mal tot, ja Da stammt gleich raus Da stammt gleich raus Ah, so war das okay Das hier, Treppe oben ist er immer noch Muss kurz ein bisschen ballern Haben die am Schild was geändert? Äh, steht Guerilla drauf Boah, der ist ja ehrlich Boah, der ist ja ehrlich Da Ist doch grad irgendwas kaputt gegangen Dachte ich auch Hm Und der muss AFK gewesen sein, oder? Wahrscheinlich Wie konnte da einer an der Twitch Drohne sterben? Mann, da ist halt einer da und der ist verletzt Der ist im Raum drin Oh, ich wurde entdeckt, ich geh nochmal runter Könnte einer sich rein sein, in den Raum reingehen Weißt einer so einen Raum? Ja, von außen Ich weiß nicht, ob einer drin ist, aber es kann keiner reinkommen Ich hätte Backup, also ich hab die Tür Ich weiß halt nicht, ob im Elternschlafzimmer was ist Der wackelt nicht bitte Ah, kann ich nochmal kurz abchecken Einer ist im Raum Moment Und wo? Ähm, irgendwo recht, von dir aus, linke Seite Elternschlafzimmer ist sauber Also wenn du den killt, dann kann ich einfach reinlaufen Ach, ja Wenn du ins Elternschlafzimmer reinkommst In den Wandschrank Da, da ist ein Jammer Kannst du den kaputt schießen? Ja, stimmt Da, wo er wieder vorhängt, war einer Ja, wenn er im Raum ist, muss er auf dieser Seite hier sein Weil ich hab Da ist er Oh nein Er ist low Du hast ihn einmal getroffen, ja Ich seh, ich hab ihn down Also er ist, er liegt am Boden Jemand im Raum ist hier oder nicht? Ja Schwimmer ist down Kannst reingehen in den Raum und einen Kill holen Da ist nur noch einer Wo ist der? Äh, in dem Kinderstimmer Der war down im Raum Da, von denen hab ich einen assistgekommen Der war ganz schön scheiße, der Kill Da springt er hoch Wieso, der war doch voll in Ordnung Der war aber nicht down Ja, ich wusste aber genau, dass er in der Erke hockt wird Ich hab halt Hätte halt genau drauf, da müssen wir vorher schon Oh, guck mal Die haben an dem Defend-Logo was geändert Ich frag mich nur warum Das ist durchsichtig Ja genau, aber Also durchsichtig nicht, aber ne In welcher Situation Also welche Situation jetzt geben können Wo man sich dann denkt Ja, wenn die durchsichtig wäre Wäre das jetzt besser Kann das sein, dass die das DDM-Auto-Rennen rausgenommen haben? Das was haben die rausgenommen? DDM-Auto-Rennen Team Deathmatch Ja, ich bin doch immer noch da Echt? Dann ist er immer noch da? Ich bin doch jetzt oben links Was? Ach stimmt, da DDM-Secure-Ever Tja, da willst du lustig sein Hm Verstehe ich nicht Da warst du noch nicht dabei, oder? Du bist doch noch zu jung dafür Okay Erzähl mir dir, wenn du groß bist Vielleicht Weil das ESL Kommen die Folgen noch vor der ESL, ja, ne? Die Folgen müssten noch davor kommen, ja? Mh, ja Wann ist die ESL? Die wollen wir jetzt aufnehmen Die kommt am dritten Siebte Dann kommt sie, glaub ich Am zweiten Die hier Leider am Ne, die kommt am dritten Weil ich glaub Early leiden wieder die Ich bin aktuell Ne, wir haben letztes Mal verglichen Und ich trage gerade immer live ein Sie könnte, sie kommt auf jeden Fall irgendwann Am dritten Dann Vielleicht, also könnte am zweiten Kommt bei mir keine Folgen beigetragen Zweite oder vierte, ne? Ja, im zweiten oder vierte wahrscheinlich Da kommt ne Drohne rein Hör ich die Drohne nicht irgendwo sehen? Hä, warum kann ich das nicht machen hier? Wieso bricht man das immer ab? Wieso bricht man das immer ab? Oh fuck Was ist los, Early B? Was ist das denn hier? Ich mach jetzt Doppelfenster-Taktik Ich wollte hier ein Loch rein machen, um hier durch zu gehen Und dann viel mehr auf Na ja, reden wir natürlich immer Hier ist noch irgendwo in der Drohne Und unter dem Auto Doppelfenster-Taktik Und da sind sie schon, die Bobos Ach du hast die Knochen öffnen? Sag das doch Zwei haut mir hinter dem Polizeiauto Er ist draußen Ah ok, er hat mich nochmal abgämt Ja, das hätte ich nicht geguckt Ach das war auch Blackbird Ach scheiße Der hat aber kein Schild drauf bei mir Hatt ich gekillt? Ne, hat er auch nicht Das kann aber sein, das Team Der schon ganz gut gemacht hat Eins Der andere eigentlich hinten an der Treppe Na, ist das Blackbird Bird? Und einer ist close schon dran Auch neue Bird T-Shirts Birdy Die Tassenwand ist, oder? Alter wie groß haben Sind die Camps größer als vorher? Da läuft einer rum, oder? Ja Das war unsere Aussitzung zur Abschreckung Kill ihn, Erli Kill ihn Nein, nicht auf das zweite Fenster, du Bobo Alter, einmal mit Profis, ey Ah! Ja, das verdient Scheiße, hab ich verdient D4 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 Der, der fett retailed mehr Immer noch hinten an der Gal's Ja, der ist hier so Ja, der kann ja nur sein, der wird gegangen sein. Er tauscht gerade das Schild aus. Er kommt eh nicht mehr rein. Was kann denn? Trau dich. War da, wo du ihn geschossen hast? Was war das denn? Badezimmer. Und am Badezimmer kommt da rein. Nee, das war Kunran, schon gut. Ich würde sagen, was? Ist der jetzt noch draußen oder nicht? Ja, der ist noch irgendwo da draußen, aber der wird einfach jetzt campen oder sowas. Warte, der kommt über die Küche. Warum sollte er saven? Er fährt mit der Drohne rum. Er ist oben im Haus und fährt mit der Drohne. Küche jetzt. Also die Drohne, nicht er, ne? Jetzt hat er die Drohne aufgelassen. Also keine Drohne mehr. Ich sehe ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, das ist auf der anderen Seite. Er geht Tower hoch. Er will Tower hoch, geht schnell, noch können ihn abfangen. Wieso geht der in Tower hoch? Um reinzugucken, um Kunran zu holen. Er hat die Camp. Ist er immer noch drauf? Komm, er ist noch draußen. Anscheinend nicht. Komm, er ist noch draußen. Komm, er kommt, oder Keller? Er ist noch draußen, du hörst ihn. Und auf dem Turm, oder wie? Ne, ist er auf der Dach verander, glaube ich. Ne, ich glaube, er ist unten vor, aber... Ich bewege mich hier oben irgendwo. Ja. Aber dann muss er sowieso durch die Bärenfahrt rein. Hört, wie er mit der Drohne rum. Stimmt, hör sie irgendwo. Jetzt geht er zu der Tür, Alex. Hm, tut mir irgendwie ein bisschen Leid gerade für die Gegner. Also ich mein... Wer hat einen Scandal? Ja, ö. Der Typ, der geteamkilled hat, der ist aber schon gegangen. War es der Erste? Der wurde gekickt. Okay. War der Zweite Teamkill. So, sagst du, du willst nochmal Ding... Soll ich nochmal Schild machen, oder was anderes? Oh, shit, das ist immer der Peck. Ja, danke. Was? Warte mal, die haben doch angeblich die Hitboxen geändert. Angeblich soll jetzt Blitz sinnvoll sein. Ich probier's mal aus. Ja, aber warum? Das Film ist ja immer noch kleiner. Ja, aber angeblich blockt das jetzt die Schulter und die Füße weg. Mal gucken. Das werden wir gleich feststellen. Und deutsche, ist das eine Sprache? Nein, Quatsch. Fucker. Fick dich, Stahlo, leck mich doch am Sack. Du Arschloch, kannst du gar nicht vermissen. Der dafür ist ja König, war Minecraft King, denn? Ja! Nee, ich bin nicht König. Königin? Nein. Prinzessin. Hufner. 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 Weißt du, dass ein Paladin ein gefallener Krieger ist und eigentlich alles andere ist als mächtig? Sind die alle auf Karum? Ein Paladin? Ich bin mächtig und stark. Das heißt, die Angst-Bubble hat sogar Sinn rein, periodisch. Ja, ein Paladin ist geschichtlich ein gefallener Krieger. Oh. Wusste ich gar nicht. Nein! Deswegen halt er bei WoW immer so gut. Wundern, wat machst du da? Gar nicht. Oh, ein bisschen rum. Was spiele ich hier gerade eigentlich? Autorennen. Denkbar rein, unten ist keiner drin. Alle im Keller. Und das weißt du, woher? Ich war gar nicht mit der Drohne. Oben, rechts Fenster. Du kennst noch mit der Drohne. Da, ne? Boah, das geht jetzt nicht. Okay, schon mal keinen Arsch aufs Brot. Alter, das ist für ein geiler Ruf. Ah, ich hab' ein verbacktes Seil. Oben ist einer. Oben ist einer. Hier ist einer. Da ist immer noch einer. Hängt da immer noch. Oh, sie haben gebufft. Immer noch dort. Was war das denn gerade? Ja, kommt nicht raus. Der ist immer noch hier. Ne, das ist ehrlich Mist. Das ist der Sachse. Immer noch dort. Warte, warte, warte. Den Dings. Ach so, shit. Der Sachse markiert nur. Richtig. Gut. Jetzt haben wir ihn endlich. Doch, ist noch einer im Raum. Ja, oben ist auch noch einer. Wissen Sie, wie vibriert das? Ja, oben. Hier in der Workroom. Oh, das ist der Tod. Okay, ich check das. Das könnte ja auch tot sein. Ja, ich check noch. Im Workroom hab ich einen gekillt. Ja, dann wartest du ja. Nee, Bad. Bad, 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 Bad. Immer noch Bad. Nee, ist jetzt in Richtung Mutterraum. Also, Mutterschlafzimmer. Pendel da hin und her. Ah, ist da unten. Danke. Hab ich schon noch für einen Sitsch gekriegt. Leg mich am Arsch. Und treib mal auf. Nee, oben. Nice. Vergessen, dass es da oben hat. Einzelschiss ist. Guck, ich wusste, dass er von unten kommt. Hinlegen. Das ist der Ass hier. Holy shit. Ja, schade, dass die den Teamkiller hatten. Ja. Richtig. Early? Ja, Leute. Wenn ihr euch noch nicht gefallen habt, lasst uns im Nachhinein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.